Es braucht viel Geduld zu tun, was Lewis Hauer tut. Geduld und eine ruhige Hand. Los, los, los! Daher ist es wichtig zu wissen, wie sich ruhig anfühlt. Ein Gefühl ohne zitternde Hände oder klingelnde Ohren. Zu wissen, dass ruhig sich wie zu Hause anfühlt. Und dass du es wiedersehen wirst. Was machst du? Untertitelung des ZDF, 2020